Magellan Maritime Services GmbH seit 1995 der Partner im Containermarkt. Magellan Maritime Services legt im Jahr 2010 sein zwanzigstes Container-Direkt-Investment-Angebot auf. Alle Angebote laufen trotz Marktschwankungen plangemäß. Der Erfolg liegt in der einfachen Konstruktion der Magellan Container-Direkt-Investments. Magellan erteilt Neubauaufträge direkt bei Herstellern in China. Der überwiegende Teil der Neubauproduktion wird direkt ab den Haupthäfen Chinas an die Top-Linienräder der Welt langfristig vermietet. Investoren profitieren so nicht nur von langjährigen direkten Einkaufskontakten, sondern auch von direkten Kontakten zu den Mietern, den Top-Linienrädern. Durch einen Kaufvertrag wird der Investor alleiniger Eigentümer seiner Container. Auf einem Eigentumszertifikat werden die international gültigen und registrierten Containernummern seiner Container dokumentiert. Über einen separaten Verwaltungsvertrag wird mit dem Investor für die Dauer der Mietphase eine vierteljährliche Abrechnung und Auszahlung der Mieteinnahmen seiner Container vereinbart. Am Ende der Laufzeit von in der Regel fünf Jahren kann der Investor von einem Rückkaufangebot Gebrauch machen, welches Magellan bereits zum Investitionszeitpunkt ausgesprochen hat. So kann der Investor seinen Sachwert Container optimal in seine Vermögensplanung mit einbeziehen. Magellan Container Direkt Investments haben eine Laufzeit von fünf Jahren, bieten alleiniges Eigentum mittels Zertifikat, sind keine Fonds, das heißt keine Mitunternehmerschaft, beinhalten keine Nachschusspflichten, profitieren von direkten Kontakten zu Herstellern und zu den Top-Linienrädern, ohne Zwischenhändler, zeigen eine hundertprozentige Planerfüllung, trotz Krise. Seit über 30 Jahren wird erfolgreich in einzelne Container investiert. Seit 15 Jahren ist Magellan weltweit am Containermarkt aktiv. Seit 2005 bietet Magellan auch Investoren die Möglichkeit des Direktinvestments mit Einkaufs- und Vermietungsvorteilen durch direkte Kontakte zu Fabriken und Linienräder Reihen. Magellan Container Investments sind eine einfache Art in Sachwerte zu investieren. Wir haben direkten Kontakt zu Herstellern und Mietern. Profitieren Sie mit uns von den Chancen des Containermarktes.